Kontrast aufbauen in Lightroom ist so eine Sache. Man kann natürlich einfach den Kontrastregler nach oben schieben, aber wie du vielleicht selber schon festgestellt hast, ist das nicht unbedingt die beste Lösung, denn erstens sieht der Kontrast meistens gar nicht so gut aus, zweitens hast du dann auch damit einfach eine krasse Sättigung in deinen Farben. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du sehr viel besser und sehr viel feiner den Kontrast in deinen Fotos aufbauen kannst und der am Ende auch noch richtig natürlich aussieht. Viel Spaß! Wie baue ich Kontrast in einem Foto auf? Und ich habe jetzt hier mal ein Beispielbild genommen aus Dubai, wo wir schon relativ viel Kontrast drin haben, aber ich möchte diesen Kontrast optimieren und es gibt natürlich jetzt einfach den Kontrastregler hier, wo man sagen könnte, ja, wenn ich Kontrast aufbauen will, dann zieh doch einfach den Kontrastregler nach oben, aber das ist eine Möglichkeit und gerade bei so einem Bild funktioniert das nicht wirklich, zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video heute mal zeigen, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, den Kontrast gut aufzubauen und auch sinnvoll aufzubauen und vielleicht auch nur in bestimmten Teilen des Bildes. Wenn man sich jetzt hier nämlich mal das Histogramm anschaut, dann sieht man, dass das ganze Bild ein bisschen unterbelichtet ist. Das hat auch den einfachen Grund, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch schon Lichter in dieser Stadt haben, die sehr stark ausbrennen. Also es schlägt ja auch so ein bisschen hier auf der rechten Seite an, das Histogramm, das heißt, es brennen hier schon einige Stellen so ein bisschen aus. Das ist auch vollkommen okay. Ich sage immer wieder, wenn man so eine Stadt zum Sonnenuntergang oder in der blauen Stunde fotografiert, dann müssen an manchen Stellen diese Lichter auch so ein bisschen ausbrennen, sonst würde es auch einfach unrealistisch aussehen. Aber es sollte halt nicht überhand gewinnen. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich diesen Kontrast gut aufbauen? Und ich bin immer erstmal ein großer Freund davon, wenn man damit anfängt, dass wir ein ausbalanciertes Bild bekommen. Das bedeutet, Kontrast ist ja eigentlich eine Form der Helligkeitswertebearbeitung, wenn es das Wort überhaupt gibt. Aber es geht ja darum, die Helligkeiten im Bild zu verändern. Kontrast baue ich auf, indem ich die hellen Bildbereiche noch ein bisschen heller mache und die dunklen Bereiche noch ein bisschen dunkler. Und genauso gut könnte ich Kontrast rausnehmen, indem ich jetzt die dunklen Bildbereiche ein bisschen aufhelle und die hellen Bildbereiche ein bisschen abdunkele. Das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel in meiner Bildbearbeitung am Anfang immer erstmal so ein bisschen tue, damit ich ein bisschen mehr Dynamikumfang in das Bild bekomme. Und das kann ich jetzt auch hier sehr gut tun. Das heißt, wenn ich jetzt die Lichter hier mal so ein bisschen abdunkele, dann siehst du schon, was passiert, wie viel mehr Details hier auf einmal in das Bild reinkommen. Aber wenn ich die jetzt auf minus 100 stelle, sieht das Ganze wieder relativ unrealistisch aus. Man sieht jetzt schön im Histogramm, okay, das schlägt jetzt hier auf der rechten Seite nicht mehr an, aber wir müssen das auf jeden Fall nicht so doll machen. Also minus 25 reicht hier schon vollkommen aus, dass wir hier auf der rechten Seite nicht mehr anschlagen. Und genauso gut könnte ich jetzt auch die Tiefen hier mal ein bisschen aufhellen. Die packe ich mal so auf ungefähr plus 50, ja, vielleicht ein bisschen mehr, plus 60 so in der Richtung. Und dann habe ich jetzt hier schon mal den Dynamikumfang in dem gesamten Bild etwas erhöht und wir haben überall so ein bisschen mehr Details drin. Und grundsätzlich könnte ich jetzt auch die Belichtung noch ein bisschen nach oben drehen, damit wir hier das Bild, ja, so ein bisschen, das Histogramm einfach so ein bisschen mehr noch in die Mitte bekommen. Und wir damit, ja, das ganze Bild einfach ein bisschen ausgewogener gestalten. Das ist jetzt schon fast ein bisschen zu hell. Also auf plus 0,6 können wir die Belichtung nach oben drehen. Und jetzt haben wir ein ausgewogenes Bild, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt geht es darum, wie kann ich das so ausgewogen hinbekommen, dass auch gleichzeitig der Kontrast noch gut da ist. Die erste Variante wäre jetzt hier diesen Kontrastregler einfach mal so ein bisschen nach oben zu drehen. Was mir jetzt hier dran nicht so gut gefällt, ist einfach der Fakt, dass ich erstens überall in dem Bild Kontrast aufbaue. Zweitens baue ich nicht nur Kontrast auf, sondern ich sättige auch die Farben damit sehr, sehr stark. Also gerade wenn ich das jetzt hier mal sehr doll mache, dann sieht man das auch sehr schön, dass die Farben sehr doll gesättigt werden dadurch. Und was auch noch passiert, es passiert auf beiden Seiten des Histogramms. Also ich mache sowohl die hellen Bildbereiche heller als auch die dunklen Bereiche dunkler. Und das möchte ich so ein bisschen vermeiden. Und dafür gibt es einmal hier den Weiß- und den Schwarzregler. Da kann ich das quasi einzeln machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nur die rechte Seite des Histogramms noch so ein bisschen bearbeiten möchte, dann kann ich hier einfach den Weißregler nehmen und dann ziehen wir quasi nur das Histogramm hier auf der rechten Seite weiter nach außen und bauen also in den hellen Bildbereichen hier ein bisschen mehr Kontrast auf. Aber nicht in den dunklen Bildbereichen. Und genauso gut könnte ich das hier auch mit dem Schwarzregler tun. Ich könnte den jetzt einzeln hier weiter nach links schieben. Aber da das Histogramm hier auf der Seite schon relativ stark anstößt, ziehe ich den auch eher so ein bisschen weiter nach rechts. Hebe damit die Schwarzwerte nochmal so ein bisschen an. Aber dafür stößt das Histogramm jetzt hier nicht mehr an, an dieser Stelle. Jetzt kann ich insgesamt die Belichtung vielleicht wieder ein kleines bisschen runternehmen und dafür die Weißwerte noch ein bisschen weiter nach oben schieben. Die Lichter vielleicht noch ein kleines bisschen weiter runter dafür. So. Und die Weißwerte wieder ein bisschen nach oben. Das ist jetzt wirklich ein Prozess, der bei jedem Bild auch ein bisschen anders ist. Ich bin da immer ein großer Freund davon, die Regler auch nacheinander immer mal wieder so ein bisschen gegen zu regulieren. Bedeutet, ich fasse nicht nur einmal den Tiefenregler zum Beispiel an, sondern ich könnte jetzt auch im Nachgang nochmal sagen, ja, vielleicht hebe ich jetzt die Tiefen nicht ganz so stark an, setze das Ganze wieder so ein bisschen zurück. Also, das ist einfach so ein bisschen Try and Error, was man hier ausprobieren muss, bis einem das Bild dann am Ende wirklich gut gefällt. Und ich finde, jetzt haben wir erstmal hier eine gute Basis geschaffen. Wir haben jetzt die Weiß- und die Schwarzwerte tatsächlich beide angehoben, aber damit, ja, das Bild mit Kontrast versehen und trotzdem ist das Ganze ausgewogen am Ende und das Histogramm schlägt jetzt auch auf beiden Seiten nicht mehr wirklich an. Ja, hier auf der rechten Seite schlägt es noch so ein bisschen an, auf der linken eigentlich gar nicht mehr. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Variante, wie man gut Kontrast aufbauen kann. Und zwar werde ich dafür jetzt mal lokal arbeiten. Das bedeutet, ich baue jetzt nicht in den Grundeinstellungen Kontrast auf das gesamte Bild auf, sondern ich gehe jetzt hier rein in das Maskentool. Und in diesem Maskentool möchte ich Kontrast aufbauen und zwar auf Grundlage von Helligkeitswerten. Das heißt, ich möchte diesen Kontrast nicht in den ganz dunklen Bildbereichen anwenden, weil dann würden einige Stellen vielleicht wieder schwarz werden in dem Bild. Und genauso möchte ich es auch in den ganz hellen Bildbereichen verhindern, weil dann wieder einige Stellen ausbrennen würden. Ich möchte also wirklich nur die Mitteltöne meines Bildes ansprechen. Und dafür gibt es hier ein Maskentool, das nennt sich Luminanzbereich. Wenn ich das jetzt hier mal einstelle, dann ist dieser Luminanzbereich am Anfang von wirklich 0 bis 100. Das sind jetzt also hier die Helligkeitswerte. 0 ist ganz dunkel, 100 ist ganz hell. Und jetzt könnte ich anfangen, mal diesen Helligkeitswert hier zu verändern. Das heißt, ich fange jetzt hier mal an bei ungefähr 25. So, ziehen wir es nochmal rein. 25, das heißt, die ganz dunklen Bildbereiche hier sieht man jetzt auch schon schön. Da, wo es nicht mehr so rot ist, die sind davon jetzt nicht mehr betroffen. Und gleichzeitig ziehe ich das hier auf der anderen Seite auch zurück, dass wir hier die hellen Bildbereiche nicht mehr so mit drin haben. Also auf ungefähr 75. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Wert zwischen 25 und 75, wo der Kontrast am Ende angewandt wird. Wir können den auch noch ein bisschen weiter runterstellen. Vielleicht gehen wir so auf 30 bis 70. Ja, dann schränken wir den Bereich noch ein bisschen weiter ein, wo wir jetzt noch Kontrast hinzufügen wollen. Und das Gute ist jetzt, wir haben jetzt hier noch solche weichen Kanten auf jeder Seite. Das sind diese Regler hier unten, die man noch sieht. Die gehen auch wirklich bis 0 und bis 100. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht so einen abrupten Abbruch in diesen Helligkeitswerten drin, die wir verändern wollen, sondern die lassen wir langsam und leicht ausfäden bis wirklich zum Schwarzpunkt und bis zum Weißpunkt. Und jetzt kann ich hier reingehen. Und wenn ich jetzt einmal hier in den Reglern was verändere, dann wird auch gleich diese Überlagerung hier weggehen. Dann wirst du jetzt gleich sehen, was passiert. Ich kann jetzt hier diese Überlagerung auch so mal ausstellen. Dann sieht man das von Anfang an, was passiert. Wenn ich jetzt den Kontrast hier nach oben drehe, dann bauen wir Kontrast auf. Aber du siehst es jetzt auch sehr schön am Histogramm. Die Weißwerte und die Schwarzwerte verändern sich nicht, sondern es passiert wirklich nur in den Mitteltönen. Und dadurch baue ich einen sehr schönen Kontrast auf, ohne das Bild wirklich zu zerstören. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, wie ich sehr, sehr gerne Kontrast aufbaue und damit auch meinen finalen Bildlook erzeuge. Kontrast in den Mitteltönen. Das solltest du dir auf jeden Fall genauer anschauen. Ich kann natürlich auch das Ganze nutzen, um jetzt zum Beispiel Kontrast nur in den ganz hellen Bildbereichen oder in den ganz dunklen Bildbereichen aufzubauen. Das muss jetzt nicht nur hier in den Mitteltönen sein, sondern ich kann das hier natürlich auch hin und her schieben, wie ich möchte. Und genauso gut kann ich auch mit einer weiteren Maske nur zum Beispiel Kontrast in einem bestimmten Farbbereich aufbauen, wenn ich das denn möchte. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich auch wirklich lokal Kontrast aufbauen kann und nicht im gesamten Bild. Wenn ich fertig bin, klicke ich hier immer auf Fertig und dann vergleichen wir das Ganze nochmal. So sah das Bild vorher aus und so sieht es jetzt aus. Und ich finde, da haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Wir haben das ganze Bild ein bisschen angeglichen. Es ist wesentlich mehr Kontrast jetzt da. Ich kann das jetzt auch nochmal nebeneinander zeigen. So sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Also wir haben im Endeffekt einfach nur die Helligkeitswerte des Bildes ein bisschen angepasst und zwar so, dass wir vernünftig Kontrast aufgebaut haben. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Gerne einen Daumen nach oben geben, gerne was in die Kommentare schreiben, was dir gefallen hat, was du vielleicht auch in Zukunft auf diesem Kanal sehen möchtest. Ich mache übrigens auch gerade im Community-Tab so eine kleine Umfrage mit mehreren kleinen Fragen, die ihr gerne beantworten könnt, damit ich einfach mal so ein kleines Gefühl dafür bekomme, was ihr in Zukunft sehen wollt und in welcher Form. Da also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wenn du mehr über Lightroom lernen möchtest, dann einfach mal auf meinem Online-Shop vorbeischauen, www.stephanschäfer.de. Denn dort gibt es Videokurse, zwei Stück an der Zahl. Einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Da ist für jeden was mit dabei. Und da gehen wir richtig tief in die Materie rein. Mehrere Stunden Videokurs, wo du alles über das Programm lernst, was es zu lernen gibt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und wir hören uns vielleicht auch in meinem Podcast. Auch da kannst du reinhören. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.